Ihnen und euch allen wünsche ich ein gesegnetes Weihnachtsfest. Gemeinsam mit dem Licht verbunden in Gedanken, auch dann, wenn wir in diesem Jahr räumlich voneinander getrennt feiern müssen. Das war bislang nur eine kleine Lichterkette. Vielleicht haben Sie und habt ihr Lust, dass wir diese Lichterkette verlängern. Dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder baut ihr mit euren Familien eigene Lichterketten, die ihr gemeinsam teilt per Handy. Ihr könnt sie auch posten, wenn ihr den Hashtag angebt Corona Hoffnungslicht. Dann können wir alle teilhaben und wir haben eine große Sammlung an verschiedensten Lichterketten, die jetzt in diesen Tagen zusammenkommen werden. Eine andere Möglichkeit wäre auch, Sie oder ihr könnten mir auch das Lichtvideo schicken und das ist ganz einfach, ganz schnell erstellt. Einfach ein Teelicht nehmen, dieses Teelicht einmal rechts aus dem Bild raushalten, ins Bild reinholen, einen lieben Weihnachtsgruß formulieren oder einfach in die Kamera winken und es weitergeben, dass es links wieder rausgeht und schon ist das Grußvideo fertig und das Gefühl, wir alle sind durch dieses Teelicht, was wir virtuell weitergeben, miteinander verbunden, in Gedanken, im Geist der Liebe, im Geist des Friedens, im Geist von Weihnachten. In diesem Sinne alles Gute und auch einen gesegneten Beginn des Jahres 2021. Untertitelung des ZDF für funk, 2017